Das ist ja okkult. Von wem hast du es okkult? Von Würde geheißen? Ja, das habe ich okkult. Von 2001 glaube ich war das, oder 2000. Von Rolande, von dem Blechhafen. Ah, Rolande, na passt. Keine Angst mehr, was das ist. Der hat damals den Instrumentenstock komplett reinholen lassen, und das haben wir als 4 Euro gekostet, haben wir gesagt. Genau. Die haben mir die CD aufgenommen, und dann haben wir uns eine CD aufgenommen. Ach so, ja. Das Instrument mit Geschichte. Oh, ich bin hier nicht wackelt. 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 Der hat mich jemand kaum zu denken. Woher hat mich jemand die Clemouth 갔en, und das ist như ohne. Da war blusit hab ichballer. Das ist ja so lange hier angekellert. Ich bin hier nicht wackelt. Ich bin hier nicht wackelt. Das ist ja sehr contacts erzählt pocoblem. Untertitelung des ZDF, 2020